Herzlich willkommen bei Schmidt Landtechnik. Ich möchte Ihnen heute unsere neuen Bagger vorstellen. Wombat 2300 mit Kabine. Der Bagger verfügt serienmäßig über einen Knickarm. Eine sehr schöne Kabine. Mit Schiebefenster, mit Feststellen der Tür und mit einem Fenster, das man öffnen kann. Hier das geöffnete Fenster. Es lässt sich einfach über eine Rolle nach oben übers Dach und es braucht schieben und es braucht fast keinen Platz. Das ist sehr schön gemacht. Hier die seitlich vorgelagene Steuerung. Nochmal mechanische Anzeigen für Tank- und Hydrauliköl. Natürlich auch digital, hier im Display. Die Maschine hat einen Euro 5 Motor. Das ist ein chinesischer Motor. Das ist ein Jinxia Motor, der in Italien entwickelt wurde und von einer italienischen Firma eben gebaut worden ist. Die ganze Technologie, die drin ist, ist von Bosch. Das ist eine sehr leise, langlebige Maschine. Alle Komponenten sind von Bosch, vom Rail, von der Hochdruckpumpe, von der Steuerung. Wie gesagt, das ist alles Bosch-Technologie. Man sieht es auch vom Kabelbaum. Alles mit richtigen Dichtungen drin, dass da nichts passiert. Zusätzlich drei Hydraulikpumpen, dass wir auch genug Leistung für die Maschine haben. Ein einfach zu reinigenden Luftfilter und eine wassergekühlte Maschine ist es. Die Besonderheit an der Maschine, wir haben serienmäßig hier einen HTM, um Lasten zu heben und wir haben das Werkzeug wechseln über den vierten Steuerkreis hydraulisch. Also einfach die Schaufel liegen lassen am Boden und aufnehmen und schnell wechseln. Funktioniert über diesen ganz banalen Knopf Öffnen und Schließen. Das ist der Hebel, um die Steuerung zu aktivieren. Das ist für unseren Knickarm und wir haben also Scheibenwischer. Wir haben einen Lüfter hinten bei heißen Tagen und wir haben Arbeitsschernwerfer. Einmal am Arm und einmal oben an der Kabine. Also es wird taghell, wenn man nachts was arbeiten will. Das ist eine schöne Geschichte. Die Hammerleitung ist fußgesteuert, wie es sich in der Klasse gehört und wie man auch sieht, ist der Knickarm mit 90 Grad fast sehr weit einzuknicken. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite nicht ganz so weit. Machen wir die Maschine mal an. Hier ist Display mit allen Anzeigen. Öldruckwarnanzeige, das piept jetzt auch. Vorgrün, Öldruckwarnung, Motortemperatur, Tankanzeige ist alles hier drin. Das hier ist Potentiometer für die Motordrehzahl. Hier kommt nix raus. Was gibt's mehr? Hier nochmal das Design von hinten. Warnlampe ist auch drin. Sehr stabile Schild vorne, starker Hydraulikzylinder und auch alles sehr stabil gemacht. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich die Maschinen an. Wir haben sie vorrätig. Gerne für eine Probefahrt machen Sie einen Termin aus. Herzlich willkommen bei Schmidt Landtechnik in Sommerach. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.